Hallo zusammen, ich bin Samy und arbeite bei Betty Bossi in der Innovation. Ich zeige euch heute, wie man die besten Pasta mit Sauce kocht. Wenn ihr Pasta mit Sauce kocht möchtet, dann wählt ihr am besten hochwertige Teigware mit möglichst rauer Oberfläche. Oder ihr wählt Pasta, wie zum Beispiel die Muschelform, die die Sauce in die Einschlüsse oder auch die Macaroni. Die sind perfekt, wenn ihr Pasta mit Sauce kocht. Wasser aufkochen. Und dann genug Salz. Wichtig ist, dass ihr kein Olivenöl ins Wasser reinkommt, sonst bleibt die Sauce wieder nicht haftet. So wird die Sauce reinleeren und umrühren. Perfekte Pasta mit Sauce. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.